Bei Außentemperaturen um 0 Grad Celsius kann es notwendig sein, einen Teil der Heizkurve anzupassen, sollte die Innentemperatur schwanken. Zu diesem Zweck gibt es eine Funktion, welche die Heizkurve bei drei unterschiedlichen Temperaturen anpasst. Minus 5 Grad Celsius, 0 Grad Celsius und 5 Grad Celsius. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um in das Informationsmenü zu gelangen. Scrollen Sie mithilfe der Minustaste auf den Menüpunkt Heizkurve. Drücken Sie einmal die rechte Pfeiltaste, um das Menü Heizkurve zu öffnen. Scrollen Sie mithilfe der Minustaste auf den Menüpunkt Kurve minus 5. Drücken Sie ein weiteres Mal die rechte Pfeiltaste, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können die Kurve nun mithilfe der Plus- oder der Minustaste in beide Richtungen anpassen. Wenn Sie den Wert bespielsweise auf 2 setzen, erhöht sich die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur um 2 Grad Celsius. Diese Anpassung kann in gleicher Weise für die Heizkurve bei 0 und 5 Grad Celsius vorgenommen werden. Wenn Sie die gewünschte Anpassung vorgenommen haben, drücken Sie dreimal die linke Pfeiltaste, um zum Startmenü zurückzukehren. Ich bin zur Niveau mit einem Trond zu machen. Ich bin zur Niveau mit einem Trond zu gehen. Vielen Dank.